Ähm... Wetter geht's, sollte ich mal sagen. Hier rein? Was haben wir hier überhaupt? Oh nix. Okay, das ist zu skews. Ähm... Okay. Mal kurz auf die Map gucken. Wir haben noch hier eine Map und wir müssen dabei. Oder ist das hier ein Punkt Regier mit drin? Die Map. Genau das. Wir sind jetzt hier. Okay. Nof Obsidia hat noch nichts mehr. Wir waren die ganze Zeit nur nicht in dieser Hauptstadt irgendwie drin. Mal schauen wo es nix hingeht. Zum Wald oder zum... Wüste. Aha. Äh... Dann schauen wir mal. Ja, gar nicht nervtötend. Die Musik. I will be the best, when the PvP system is back. Ah, ja. Ah, ja. Hello, welcome to the Omnix Arcade. Unfortunately, our player versus player system currently offline due to a system virus. But please feel free to enjoy the rest of our features. Please feel free to enjoy the rest of our features. Okay. Stopp. I have been playing for days straight and I am tired of it. But what else is there to do? Where is the game done? My knife has no meaning without its online games. Ah, ja. Der ist immer süchtig. Service offline and wait when I had almost earned enough points to buy a new champion. Okay. Spiel der Süchtigkeit. At its best. Können wir hier irgendwo spielen? Oh. Das ist dort Maschinen. Achso. Das spielen können wir nicht. Und mit Leuten reden. Komm schon. Big money. Big money. Big money. No. Released. Slot Maschinen. Maschinen. Where you no payout. You never too old to play games. Ganz richtig. Und wir können mit ihm reden. Achso. Ja. I just gamble my life and away until the real game is back. Just one big. Lets see here if I can turn it into a strength. Ah, lost again. I hate these things. There is gonna be some kind of calculator for it. Hmm. Wish to use in this lesson. The Meta of the Scouts Machine Wolter Film Games You can't play unless you have a crime case Also müssen wir bei uns eine crime case holen Sehr schön! Jetzt werde ich Spielerabhängig im Spiel Bound and Round 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 and Round... Let's spin the wheel and see where my phone gives into the temptation. Do you and your bookman need the rest? I've got nothing better to dream while my granddaughter plays in the games. Let me take care of the little ones. Oh, sure. Let's go to Steam Island. This is where you win the big money. Let's spin the wheel and see where my phone gives into the temptation. Okay. On regular here are sets because their hate game is down. Me? I get better game right here. It's called Bookman Reborn. Spiel im Spielbewerb. Sehr schön. You probably haven't heard of it. Ah, I've already heard of it. So, what do we do here? Hello. Here you can exchange your coins for the fantastic prices. What would you like? Snower. Wait a moment. Ah, it's the Pokemon that you can win. For 600 coins, for 1000 coins. Now, you'll get 5 pieces. You'll get a couple of coins, so you'll play. So, you'll play a lot. So, you'll get a little game right now. You'll play a little game right now. Let's go. Ok, eine Wunzensache haben wir noch nicht bekommen, ich klinge wohl irgendwo draußen. Das sucks. Ok, gehen wir dann gleich hin, ich guck mal hier unten noch. Don't you think you should take a break anyway, we have tests soon. It sucks that the arcade games are all broken. I wanna play. Ok, alle kaput. Was haben wir hier? Some demo folks is annoying, always leaving the gates to the rooftop can open. Dann a bit. Hey, can I ask you something? A friend of mine recently was down at the daycare in the Opsia Road and he said the folks there were acting mighty strange. We don't know what this is, but we know anything about it. We say they are always used to be real friendly. But some things belong lately. I tell you what to if you get a chance and ask you to go down there and shake some sense I have been telling other people that before and I don't think anyone has done that soon. I think they are currently even cold. Ah, yeah. Oder nicht. Oh dear, oh dear. Lost the key to my home. Must have dropped somewhere, but, well. Okay. Okay, we have lost the Schlüssel. Okay. Now the music is closed. In the Spiegel hand is all kaputt. The automatic is kaputt, if we don't understand. Come on, move. We will learn. We will learn. We will learn. We will not close the door. Locked. Yeah. Let's see what we are doing here. Oh, my trainer. Will you go to this school or are you here to challenge the gym? Stimmt, yeah. Das ist ein Gym. Vielleicht können wir das jetzt schon machen. Vielleicht können wir das jetzt schon machen. Okay. Wir gehen jetzt nicht rein. Mit einem Azugel. Wir werden sie. Das wird schon schief gehen. Ich glaube, dass ist zum themen Geeper und Vorteil. Nur. Joach. Dass das Gym geben. Den nehmen wir später rein, dann sehen wir uns noch mal wieder zu. Obwohlstlich Julia ist die Beste. Sie ist so hyper und spannend. Oh, ein weiterer Trainer. Excuse me, can't you see, you don't belong here. Du wirst hier nicht hier verschwinden. Wir werden hier gleich mal sehen, wenn ich hier verschwinden muss. Gibt es hier irgendwo einen Supermarkt? Vielleicht müsste ich unbedingt mal Tränke kaufen. Wäre gleich mal nötig. Komm, schaff das noch? Nein! Verdammt! Das war knapp. Nimm mal das Pflanzenbuch. Nehmen Sie Wasser. Der doch keine Pflanzen erzeugen kann. Du musst doch schlafen, Bruder. Ah ja. No way, Titania is wicked cool. She doesn't take shit from anyone. The best has got the aim. She is so nice and she is really strong and cute and I am so jealous. Can you guys say, Florina isn't the kindest? She is the one who stays behind to take over the school and teach us. Und ein weiterer Trainer. The Old Star Anics. Fighting Spirit. Wee, du hast jetzt keine Anics. Was? Hatte nicht. Na komm. Schlaf, Bruder. Erstmal. Ich bin von aller Ruhe. Ich bin von aller Ruhe. Ich durfte wachten, ich fächter auf. Oh oh. Ich bin aufgewacht. Tja. Mist. Na komm. Mach's Platz. Den Wasserbunden brauchen wir auch noch mit dem Team. Ich weiß, dass wir da irgendwo was finden. Da ist absolute Braille. So nix. Pokémon Wuhla. Wuhla? 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 Keine Ahnung. Ah ja. Na komm. Er hat sich selbst vor vor Verwohnung verletzt. Er hat sich vor Verwohnung selbst verletzt. Was sollte der Mist? Lass mal auf. So, dann halt Max. So, Hotshot Joey. Der Link ist versperrt. Well, then I was like... Hey Buggy, I'm busy here. Back off besides you don't look like a student. If you are here for the gym, use the gym entrance. On the other side you are. In a way, as I was saying... No way, and what? Then what? Okay, I'm on the Onyx Trainers School. Formulierte Gugman Technical Institute, die bei uns Fürst... Irgendwie... Ah, ja. Die will ich mal vorschlagen, die mir erstmal... Nein, hier nicht. Doch. Dann gab es doch die Oma, die uns gehalten hat. Und dann auf ins Gym, würde ich sagen. Machen wir den ersten Gym Versuch heute. Versuchen mal... Ohne Tränke... Zu besuchen. Und ich gucke nochmal, ob es hier irgendwo ein Gym... ähm... Supermarkt... Supermarkt... Nein, hier nicht... Hier gibt es ein Pokémon Center... Tja, schon irgendwie schade... Dann halt ohne... ... Items... Der Park war sicherlich... Der Park war sicher größer... ... als war der... ... als war der durchge... ... um die hier... ... die Jürgenpütze zu besiegen. Da kam mir sowas von größer vor. Dann mal hier rein. Max... Ach, was treibt er denn hier? A little Billy told me... ... you were coming here... ... to challenge my sister. And I also... ... hear something else interesting. Apparently she... ... brought you... ... along to... ... clean up that whole mess... ... Obsidia. You... ... I am forced to ask myself... Why? You and I were both... ... there at the most buzzwater. Why did you get invited to that... ... and not me? In that... ... incompetent girl... ... went and got herself... ... captured. Maybe if I were there... ... she still would be too. So here... ... is what I think Max. I think you... ... don't deserve to challenge her. I think you not good enough. What? So I am not going to let you... ... they are... ... they... ... try to go to... ... go tell... ... other kids... ... not to let you Max in. ... they go with the switch of the gate. Maybe you don't understand why I am doing this next. ... yeah... ... yeah... ... on jeden Fall... ... I don't understand why I am not in the second order... ... and I am behind... ... because you are... ... because you are... ... and you are... ... not... ... it's not like... ... I care... ... whether or not... ... to beat the robot... ... but this is a matter of... ... that's a matter of fact. ... and you are not worthy. ... ... that's very scandalous. ... that's very scandalous. That's very scandalous. That's... ... that's... ... that's... ... that's not what we did. That's... ... that's not what we did. It would be here... ... the second Arena to go. ... ... this trick sack. Wie komme ich da jetzt rein? Dieser Mist Kerl. Nicht durch den Hintereingang. Er versucht mich auszuhalten. Ich komme rein durch den anderen Hintereingang. Ich lasse mich nicht zu leicht aufhalten. Ich lasse mich nicht zu leicht aufhalten, aber meine anderen Pokémon nicht. Wie ist es vom Typ Pflanze? Ist es vielleicht angreifbar? Das Level ist halt niedriger. Deswegen... Was? Wieso wach doch jetzt schon auf? Das ist doch skandalös. Jetzt habe ich die Attablier geholfen. Was? Halt, Schmerzen. Ich kann endlich aufnehmen. Die eigene Folge muss heute sein, um es zeitlich zu schaffen. Wunderbar. Uff. Ich werde krank oder bin krank, Leute. Das ist nicht gut. Ich werde nicht zwingen ihn in der Rennstelle, um ihn zu Ende zu kriegen, aber... Uff. Ich hoffe, das verschlimmert sich nicht. Okay, da gehen wir durch rein. Erstmal Team eingehen. Wir haben hier unser Tuchemod Center. In Form der Mii. Und weiter gehts. So rein hier. Hält uns keiner auf. Ah, hier wäre auch ein Puppen Center gewesen. Frina, Mainnote, Hefte, Beste. In der Schule. Das ist die Top-School in der Region. Es ist unglaublich, als ob die aktuellen Akteleinprinzip nur zwei Jahre alt ist. Aha. So, ja. Und etc. In der Schule. Was haben wir hier? So, du bist die richtige. 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 Da habe ich, dass ich noch ein weiteres Spielfeld. Also... Ich habe mich jetzt hier durch oder was. Ich betrachte das dann als Arena und... bei uns dann anderen Ohren. Na komm. Haltet ein bisschen durch. Haha. Und auch nicht. Und sagt Mist. So ein Tag. Unser Mink wird ja dann durchgehalten. Das ist jetzt fast Schlafbruder auf unser eigenes Team mit Pitka angewendet. Oh Gott. Gut. Warum hat das denn hier keine Wirkung? Das gibt es doch nicht. Das war klar. So. So. So dass das erste Down. Tackle. Ja genau. Na komm. Versuchen wir es. Hm. Sehr effektiv. Hartstisch. Dann machen wir es so. Komm. Ja. Wollen wir noch keine Angst zu haben. Mit dem wir es schaffen. Mit dem wir es schaffen. Mach es locker. Sehr schön. Da war es glaube ich noch eins. Lass doch den einen. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Na da muss noch was. Denn es geht noch. Das bin ich nicht viel. Hier wäre 21. Okay. Besiegt. Da geht es weiter. Und da geht es den Treffer hoch. Ah ja. Zum Glück haben wir ja unser Pokemon Center. Da werden wir sofort geheilt. Wenn du hier bist. Das bedeutet, dass du hier bist. Das bedeutet, dass du hier bist. Das bedeutet, dass du hier bist. Oh ja. Muss ja. Ich werde dich ja wohl besiegen können. Vielleicht nicht unbedingt mit Proff. Obwohl das selbst Level. Bin ich gar nicht. Komm. Versuchen. Ach komm. Dass das sofort reinhaut. Ja komm. Attacke. So. Er ist Malone. Mit Vater. Zwei. Wäre schön, wenn wir noch mal ein paar EPs sammeln könnten. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Verdammt. Ich soll nicht so schreien. Wie mein Herz schmerzen so schreien. Ist nicht schön. Manchmal über Grundzeilen. Ja gut. Das war aber nichts. Ist schon über 21. Ich muss doch nicht machen. Ich mache es jetzt noch. So. Hier nochmal zurück. Mal Schnell-Pogmon sortieren. Die beiden müssen trainiert werden. Hier die beiden. Ich muss nach vorne. in den Tafeln. In den Tafeln. Wahrscheinlich mit Kampfregeln. Den haben wir hier. Die Studenten sind alle in den Pflaster. Sie brauchen eine Distraction. Ah. Nächster Kämpfer. Ältere und Ältere. Ältere und Ältere. Ältere und Ältere. Der Professor ist da nicht. Ältere Teil oder was? Was haben wir hier? Na komm. Ich habe gleich. Na komm. Der Mist ist sehr schön. Ja. Erfahrungsmute. Neuer Level. Wenn ich im Level entwickle, sich brauche ich noch mal. LB 18. Ja. Kommt er später. Ich glaube, der hat noch eine weitere Entwicklung. Kommt es wahrscheinlich später. Ist das keine Rückung? Das sind Effekte. Okay. Schlaf, Bruder. Bitte was. Hilft wenigstens. Sehr schöner Dankfristig in die Entwicklung. Gift ist eine schöne Attacke. Wirkt auf langen Gesicht, sehr gut. Na komm. Ist noch ein Gift dazu. Oh, es brennt. Das hat aber nicht mehr von Bedeutung. Problem 25 und 26 Ballast, Bruder ist dann. Bis das Taubsee zur Endentwicklung entwickelt. Das ist kein Taubsee mehr. Taubboss, glaube ich. Taubbuga und die Endentwicklung ist dann Taubboss. Daubboss. 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 Ja. Stupid. Stupid. Ja. Das ist ein Casino machen. You are not going any further. Und das Endentwicklung kam vom Topdok. Versucht auch mich aufzuhalten. Ich habe mir hier eine Trainerschule aufgehalten. Das ist ein Chinon. Gute Idee. Oh oh. Gut. Next. Na komm vielleicht zu. Bist du die Bruder? Ja. Sehr schön. Da haben wir vielleicht noch eine Chance einzusetzen. Na komm. Na verdammt. Das wird doch nichts. Au. Jetzt bin ich jetzt selbst verletzt. Mit Brille. Ich darf nicht so brüllen. Sonst wird das nicht nix. Sonst bin ich dann. Da ist die Stimme weg. Und dann kann ich nicht mehr. Das ist eine blöde Idee. Wenn ich dann heiser werde und die Stimme weg ist dann. Da habe ich nichts gewonnen. Paralyse. Oh kacke. Warum kann er einsetzen? Ich habe auch geklärt. Er hat die Macht. Er hat vielleicht höheren Initiativen. Na komm. Mach's Platz. Oh oh. Das war nicht so gut. Das wird ja eine gute Bekunft. Oh. Schön. Dann kann man besiegt nichts. Schnell mal heilen gehen. Und jetzt hoffentlich gleich durch. Dann kommen wir von oben da lang. Dann kommen wir dann hier. Hey. Back off. You're trying to peek in on my Mr. Minecraft game. No way buddy. I got here first. I am putting off studying and having any room for time. The only way you could ever convince me to move is helping me find something better. Ah. Ne. Ne. Ne Clown hier von dir. Und aufgrund. Kauf du Big Boss Puppmann. Ah. Ne. Jetzt Zeit zum Lesen. Oh. Der Zweiter sind noch mehr Träger. Ich habe ihn. Das war's für ein Schlafsaal. Mist. Ich denke, du bist wirklich cool. Und ich habe nur gefragt, ob du vielleicht wollte... Hey. Hey, don't sneak up on me like that. Sorry about that. I'll go get the janitor. Ah, ok. Here we go. Field effect sweet. Ok, interesting. Field effect bla bla. Hey, have you ever seen your world running away? Ehm. No, another trainer. Can we get through here or? No, we can't. Hey, still you don't move. Mal schauen, was die Treppe runter ist. Lachs, aber frei. Ein paar Dinge reicht. Die müssen nachts haben. Ja, komm. Stammt. Und keine Rückung. Also keine Rückung ist auch falsch, aber... und dann können wir eh nicht mehr um zu trainieren muss ich ihn mal auswechseln aber was so ist oh beia Steepowder und dann einsetzen ist immer noch die erste Idee manchmal haben wir dann auch eine Chance mehr und mehr voranzugreifen die ist nicht sofort wieder aufwacht natürlich das war ja klar wie groß war das ist wieder aufwacht beim letzten Mal beim letzten Angriff das kann ich auch ja die Böbelwintertage beherrsche ich auch kann ich sogar hier aber jetzt hier kann ich jetzt einen Bereich aufmachen die 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 China die 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 Tür öffnen. Gut, ähm, wenn mich nach oben sonst nicht gefallen haben, lasst ein Abo damit neu sein und ja, wir haben heute ganz schön überzogen, ein längerer Part heute. Habt noch einen schönen Tag, bis morgen, haut da rein, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020